meinen habe ich jetzt gestartet ja ich auch er ist eh noch nicht online aber ich habe ihn gestartet ja ist doch vorschau wird geladen welche vorschau ist bei mir steht das stream vorschau dass alles geht und dann musst du dann noch mal aufs livestream starten hä bei mir ist das nicht so ich starte da einfach ja moin bei mir ist halt alles professioneller wie viel abos hast du ist doch unwichtig oder professionell 60 stu ich habe irgendwie 34 mit zwei videos also dann hallo komm beim stream mit benzone youtube hd oglp ich bin jetzt noch runde mach bereit verstrichene zeit minus zwei minuten also jetzt kommt ein stream vorschau siehst du da kommt keine stream vorschau da kannst du mal gucken ob mein stream flüssig läuft das steht doch da unten drunter bei mir steht zum beispiel sehr gute verbindung bei mir nicht egal passt schon jetzt schon flüssig laufen bei mir steht aber hier live stream da steht gelber bereich hier live stream zustand ok ok eventuell treten kleinere probleme bei den zuschauern auf . äh 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 e also leute ich hab jemand und schwer kennen kann habe ich das angemacht dass das angezeigt wird als man ja ich hab tun das habe ich schon wenn gesagt bekommen was machbar ist was war das mit dem dass man sieht so herr ja hast du nicht von mir ist hust hust du willst auch zur beach party beach lasagna ja hast du bei dem musik im hintergrund drin ja ich bin nett im hintergrund also beim live stream meinst du ja beim live stream hast du da musik drin ich hab nämlich die chance dass ich ja ich gebe auf youtube nur copyright music ein dann findest du da aber auch ganz mach ich mal ganz leise ich weiß nicht mal wie das geht wie geht denn das sag mal was musik machen ncp glaube ich ich glaube ich glaub das hört dann an jeder hey was denn hier passiert was hier bei loot leg hä ich hab das nicht mal mitbekommen ich mach gleich sonst an jetzt brauch ich erstmal eine waffe ich bin übrigens in neuen modus ja neu ja schon ja der ist erst heute rausgekommen ok die kabel sind echt scheiße animiert muss man so sagen man die sache wollen was soll da mache ich jetzt mal ich habe auch jener nur pistolen eine warte ich hoffe das ist jetzt dann allzu laut doch das ist ganz schön ich hoffe so ist das gut für jeden ich bin eigentlich keine banane dafür würde ich dich jetzt gerne bannen also tschüss nein spaß warum schießt du ja luftballons ich will noch eine beach party super mal her ich habe hier ding m er ich weiß ja ich habe benutzt er ist ja wo auch die beach party habe ich benutzt m david kommst du mal her vielleicht ich habe immer noch diese scheiße auf pakete hier ah ja ich komme ich renne jetzt aber weg in jussi alleine nehmen wir nur spaß kommen ähm mc spider ähm hört man die musik so gut oder soll ich sie irgendwie lauter leiser stellen oh ich kenne mc spider ja da ist ein gegner wo da irgendwo hier auf steps gehört gehört ja auch ja ich gehören gehören das soll ein nick na für coole leute werden ah hinter mir ist eine hilfe damit los ich merke es einfach weil ich gerade auf dem chat gucke ich gerade auf dem strich bin hat ein 80er headshot ja ich habe noch keinen einzigen schuss getroffen habe ihn 108 erhält ich hasse dich wir wurden gerade von dem anderen noch abgeschossen der kommt jetzt mit so einer super impuls kanale ist er hier super puls super puls ja ich glaube ich gutes aim oh in der luft hinter dir hinter dir ich habe gedacht wir spielen wir spielen duos ich bin mir doch auch ja warum wir sind du denkst wo ist der keine ahnung der geier ist irgendwo ist der gut keine ahnung ich treff halt nix er schon ah ich habe einen headshot getroffen ich habe zwei er ist richtig low komm wir picken ihn ich habe ihn gekriegt aua mein oh er hat zwei medikits aber ich habe gar keine muni der hat zwei medikits was brauchst du für muni ähm AR und MP habe ich beides ja geh mal bitte fuck ich wollte den gar nicht äh das schneiden wir raus was die musik ist so gut eingestellt ok danke ich weiß immer noch nicht wie das geht aber egal einfach im Hintergrund auf youtube öffnen hab ich glaube ich ausgestellt ah ne habe ich nicht uuuh gute idee so ein Banause auf welche lautstärke hast du das ich habe es ganz leise gemacht eigentlich ich aber ich habe halt einen zuschauer und der kann sagen das es halt gut so ist ähm ja ich weiß wen ich kenne mc spider nein kennst du nicht ok dann halt nicht ähm ich habe am dommerstag geburtstag ich freue mich schon übelst ich nicht also ich meine ich habe morgen Nachhilfe das ist halt auch belastet copyright aber das ist auch guten live stream mc spider ich habe doch nie idee du könntest auf den ping hust 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 wenn du es so lieb wärst hust hust ey mein stream geht grad voll von der quali her ja feiner auch hust ich habe ein 188er ping in game ah ich habe einen 16er hust äh hust guck er ist nett du nicht wow hast du noch mp money ja hast du noch mp money ja nein ich habe ich habe neuen metall in einstein ja ok ich kann ja mein ganzes metall geben da muss ich dir direkt eine ganze mp money geben ne mach ich nicht gib mal bitte was ehre 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 dafür verschwende ich jetzt meine einzigen mats bau doch ab scheiße ich wollte weg boosten ich verkack halt komplett was machst du ich flieg weg von mir oder was lol hast du die hoverboards gesehen in dem modus ja das ist nicht in dem modus dass es so lange wie sommer ist also diese ja doch es ist mega hässlich die tarnung von mir aber trotzdem für die hoverboards geil die hoverboards sind geil vor allem mit der tarnung wo da drauf ist wenn du ey ey guck guck mal ist mega nice aber so ist es richtig hässlich ich glaube ich wurde gerade abgeschossen ich nicht ey du stehst direkt neben bei mir oh da hinten ist ein gegner ja da fliegen welche ich weiß drei vier stück vier nein doch vier oh die feiten hier direkt vor uns ja lass einmischen ich bin tot was ich bin tot wie stelle bin ich gestorben ah moin dicke moin aber ich bin nicht dicke kann auch mal was treffen ben ist nicht grad kannst du meine karte holen und abhauen bitte er pickt mich ja ich wollte grad fast was anderes sagen ja ich weiß auch was erst mal looten digga die sind richtig die muss dann schon mitgenommen werden du musst du musst nur einmal getroffen werden ich hab 6 AP aber warum macht Spitzhacke eigentlich Schaden weil es steht ja ähm dass also wenn man ins Spiel reingeht dass etwas wo kein Kopfschaden macht keinen Schaden machen kann oh ich wollte jemanden er rücken man warum gibt der noch nen Headshot er hat sieben Kills als ob Samuel hier ist ja also hi Samuel keine ahnung wer das ist ich sollte vielleicht mal meinen Streamchat lesen du hast bestimmt null Zuschauer ja kann gut sein was hab ich für ein Backpack bekommen oh Kayo Kayo ah ne guck moin Markus Hacker 00 boah das ist das ist sowas von Mirko als ob grad 5 als ob ich grad 5 Zuschauer hab hallo an alle sowas von Mirko guckt mir grad zu der heißt einfach Hacker 004 hallo an alle die mir grad zuschauen willkommen im Stream oh mein Gott ich bin kurz einfach und wann machst du 1 gegen 1 gegen David oh stimmt die ist der lol was war da grad dieses Ding Ding warte mal ach warte mal war das dieses Ding wo ich hab warte ich weiß halt immer wo ich das hingezogen hab ich spiele kein Fortnite mehr aber schau halt drauf Samuel ist mein Klassenkamerad ja ich weiß ist mir schon oft gesagt wie hab ich denn die P90 jetzt bekommen wie hab ich denn die P90 jetzt bekommen klasse ja warum willst du kein 1 gegen 1 gegen mich haha ey ey 1 gegen 1 safe David wir machen ok Ben ok nach der Runde 1 gegen 1 ja safe call ja kannst du 90s was du spielst auch kein Fortnite mehr seit wann Markus du hast doch noch alle Missionen vor vor paar Tagen gemacht jetzt jetzt also urplötzlich hörst du auf oder wie ich muss mir große Truhe snacken bevor du die bekommst versteh ich nicht versteh ich nicht vor allem versteh ich nicht egal Munition ich werf die Ideen am Kopf ich hab ich hab ne Waffe ne ja freude ich pack dir ne ne ich bin lieber ein Kuh was meinst du mit ich auch nicht mehr MC Spider also Markus könntest du mir das bitte mal erklären nö was ich geh off wenn ich wieder anfangen melde ich mich über Markus für 1 vs 1 ok ja dann viel spaß dir heute abend noch ähm rap Ben gegen den Baum laufen so kennt man dich Ben ich muss den Ball da berühren oh da berühr mal den Ball dann sind's auch wieder Gegner oh geil Sniper Sniper Action ja dann gib mal du hast doch vorher mein Sniper gegen gesehen ich hab ne 1 vs 1 weil wir können dann einfach direkt auf meine gehen ja ja was ja du kannst du 90s David ne net so gut das ist das gut dann kannst du mir nicht so gut die Ehre nehmen ja also Colin ist auch besser im Bauen als ich aber trotzdem nehme ich ihm die Ehre weil er einfach kaum Aim hat scheiße ich geh dabei raus an Colin ich komme noch nur noch online um Mission zu machen ach so wenn ich nicht aufhören höre ich ganz aufhör weil ja würde ich auch machen also zu der Zeit hab ich also ich wirklich ne Zeit lang ich glaub ich hab 4 Wochen keinen Fortnite mehr angefasst da hab ich auch keine Mission gemacht du warst ja dabei Markus als ich ja also von wo kommen die Schüsse von Solty lass mal nach Solty warum läufst du da hin nimm doch einfach diesen Flugding da dieses Ding da willst du eigentlich vielleicht ein Mini den ich schon die ganze Zeit im Moment hab ah ja würde ich nehmen komm her hier liegt er aber was machst du ich würde komm ne da da muss ich los oh fuck bin halt wirklich vorbei gesprungen nein 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 Ben so auf nach Solty da oben war grad immer noch den Berg ich nehme die Gleiter und flieg runter oh jetzt bin ich schon gelandet Ben ne aber da unten sind noch mehr Gleiter ne ach ja ich komme muss Solty und irgendwas anderes noch irgendwie landen oh ja lande bei Solty Springs geschafft oh hier liegt ne MP yay ich habe noch gar keine MP nein nein ich meine dieser wollte stoppen wenn du ne AK aber lass wirklich gleich mal eins gegen eins machen ja wir machen noch ein eins gegen eins kannst du dreifach Treppe oder vierfach Treppe ja das ist gut nein das ist nicht gut warte so spätestens nach dem 101 hast mich mein Clan dafür warte 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 höre ich ja auf dem Stream ne Leute dann sieht sich ich habe eh keine Zuschauer doch ich habe sogar einen man sieht sich im nächsten Stream tschüss also ob du jetzt schon mal wieder aufhörst alle das ist ja